Los Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben mit dem Ostrhein Hallöchen Ja ich habe in der Zwischenzeit das Haus fertiggestellt Das Haus um Niko raus? Ja, habe hier einen Weg angelegt Cool Ja In Richtung Nicht Blumenbeet äh Deine Deine Küste ist die Müllküste Hier in einem Scheunenhaus Ding Die Hühner haben eingelegt Schön Wenn du auch mal sowas hättest Äh die Schafe sind erwachsen Äh das Huhn noch nicht So dann habe ich den Heuschober hier fertig gebaut Muss noch ausgeleuchtet werden Aber okay Äh jetzt muss hier hin Nicht Jetzt kommt hier hinten noch so ein bisschen Erde hin Und dann kommt hier so eine kleine Weide hin Und dann haben die Schafe oder Kühe Ne warte da kommen dann Kühe hin Das ist eine gute Idee Ja genau Sind die Kühe immer draußen? Immer eine frische Luftwasserfabinierste Heyyyy 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 Oh Hä? Hä? Achso Das ist doch einmal Tag So Äh So Äh Hi Fabi Hi So Schon wieder was an Dreck Äh Mal Tada Einmal Probes an Kannst du wachsen und gedeihen Ähm So Danke So Dann haben wir Holz Was wollte ich mit dem Holz ansteigen? Da wollte ich den Zweue draus machen Ja Oh So Ja Seine Kühe anschleppen kann Hm Was? Ja 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 Keine Ahnung Kür Du Wohlen Vielleicht gleich Ja ja Eine Stunde das auch ja bitte schon nicht lieb man muss ja ein doppelt genau eine kiste ist die müllküste ich habe damit nicht dich angesprochen du bist du bist so müll das wasser ist jeder ah ah wo die ihn ach du schuss perfekt geht nicht er ist nicht perfekt ach das wird eine kunst küche reinzubringen nein also ich werde nicht immer die kühe da reinstellen ja treppe rein vor die kuhweide dann muss ja auch noch eine treppe rein ihren weg hin eine treppe ja sonst keine verwendung so richtig finden an der sieht habe wird daraus jetzt hier eine weg gezogen so das ist natürlich super wenn es freiwillig eine kuh angelaufen käme ich muss ja nicht mehr einlaufen muss ja nur bis hierhin muss ja sogar so reinlaufen ja genau so mach dann hörst du dir sprach mit tor zu gut gut sonst doch ein wunsch ja fleisch eine million euro eine million euro ja dann ich suche mal eine kuh ich weiß nur welche sind aber wenn ich die jetzt hole ne bin ich drei folgen unterwegs ja cool wenn ich es überhaupt noch finde das ist jetzt eine andere geschichte hi creepy na du kleiner süßer franz nein warte wir können ja hier auch eine stadt gründen jetzt war ja später immer mal mit stadt es ist ja noch eine stadt man kann eine stadt gründen selber weiß ich mit stadt aber ich weiß nicht ob das was kostet weil die firma gründen kostet ja auch und ich hatte mit meinem anfangs geld nicht genug also ich will gar nicht wissen wie viel das kostet ich hätte vielleicht essen mitnehmen sollen tja kannst du einfach aus der schaum machen ne schwein vielleicht nicht das nächste viel was wir noch nicht haben scharf hey wir haben eigentlich genügend essen also für das erste sollte es mal ja ja aber so außerhalb halt gerade nichts dabei das ist ja nicht mal ein Problem ich küsse deine Schuhe oh ha alter hm Kartoffeln Kürren Kartoffeln 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 Weizen 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 Hast du ein Dings gefunden oder wat hm Hast du ein Dings gefunden Ich habe unsere Farm gefunden Ich hab von unserer Farm gerade Oh Moment 10 Kartoffeln 10 Kartoffeln 6 Weizen und 8 Karotten Das ist schon wat Für einen Tag geht das voll Ja So So Ich muss jetzt 3 davon runter bürgen So Ähm Du dumme Spinne alter Halt dein Maul Halt dein Maul Ich sag schweig Halt Stopp Genau ich hab Zuckerrobbe in der letzten Tour mitgebracht Ja hab ich auch irgendwo in der Pisse rumfliegen Weißt du was mir auffällt ich kann ja einfach zum Dorf laufen weil ich hab da alles wieder neu angebaut Weißt du die Farmer bauen das doch eh neu an oder nicht Tja Tja Wenn sie vernünftig funktionieren auf dem Server Nein tun sie nicht Kann aber auch sein weil die Chunks nicht geladen waren Aber wenn die Chunks nicht geladen sind dann passiert auch nichts Ne Das ist immer noch Genauso wie vorher Schade Schade Ich muss mal hier weiter absuchen nach irgendwas Neuem Wollte grad sagen Oh das ist eine Schöne Village Das ist es unsere Scheune Mh Unsere Bruchbude Wann stell dass wir uns mal auch ein Haus bauen Nö Erstmal eine richtig fette Scheune auf dem Bergpflaster Das ist ein Haus Hm Was ist denn ein Haus Kenn ich gar nicht Oh sie braucht weg eine dreistöckelige Villa Genau Ich sag nur ich baue dir ein Schöne Okay Warte aber was passiert jetzt Slash Das mache Eigentlich müsste dann ja erstmal kommen äh Stadt Was Ne Stadt gründen Stadt Hilfe wird Steigt Ich zeige dir Bürger der Stadt an Stadt Hilfe Was bringt eine Stadt ist einfach das Verwalten von Städten Gründer und Verwalter können andere Spieler als Bürger eintragen Zudem kannst du einen Stadtsporn setzen Was kostet eine Stadt? Eine Gründung kostet sich 100.000. Jedoch gibt es viele Stadtarten. Falls du mal Informationen findest, was ist eine Stadt? Stadthochstufen mit Stadteinstellungen. Ein Verwalter kann andere Bürger in einer Stadt einladen oder rauswerfen. Was ist eine Stadtart? Eine gigantische Stadt kann bis zu 50 Bürger aufnehmen. Entstehen Kosten für Bürger? Nein, es entstehen keine Gebühren für Bürger, nur ein Hochstuf und Gründer muss in Gründer bezahlen. Wow. Ich muss einfach 100.000 dafür zahlen, wenn ich zur Stadt gründe. Oder 100 Euro. Ich fahre bei 100.000. Ich finde, das ist eigentlich voll cool, womit Start bei Schulen, alles... Voll geil, Alter. 100.000 Farben, Schulabschluss holen. Ja. Also das Geld für den Schulabschluss... Farben... Was wird das noch? Ja. So schreibt man Schule. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich Haupt- oder Realschulabschluss hier machen soll. Oder Realschulabschluss. Oder Realschulabschluss. Ich glaube, ich hole mir erstmal Hauptschulabschluss. Dann... Wenn ich mir einen Hauptschulabschluss geholt habe, war ich nochmal 100.000 für den Start. Und wenn wir die Start haben, dann läuft es richtig. So... Backup. Ähm... Und wieder eine Karotte. So... Reizen... Also die Farm geht schon ein bisschen ab. Die Hühner könnte ich auch mal wieder vermehren, ne? Mhm. Ich hab extra Treppen gebaut, damit man nicht springen muss die ganze Zeit. Also Fabi, er springte. Ja. So, Nachwuchs. Was, du hast Nachwuchs bekommen? Ja, komm gucken. Was kam da raus? Ein Schwein. Ja, warte, ne, eine muss ich dir wahrzeigen. Äh... Ja. Ja. So. Ach so, die Kiste ist voll, deshalb packt er nichts mehr weg. Wo, Alter? Hm... Ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaub, die ersten Weizen mach ich zum... Äh... Heu-Ball. Ach doch. Hab ich schon. Gut. Weil das Problem ist, wenn wir das jetzt so weiterlaufen lassen würden, dass... Äh... Naja. Da kommen zwei Stück hin nach hier oben. Da kommt ne Fackel hin und da kommt ne Fackel. Hat Meulbein eingelagert. Zu kompletter Ruhe. Und dann kommt das. Hat Meulbein eingelagert. Oh Gott. Gut. Also, das was am meisten abgeht, ist Karotte und... Ähm... ...Vertoffeln. Okay. Weil davon haben wir jetzt 31 und 28. Hi. Hi. Äh... Jo. Wie viel Schienen hast du bitte? Woher? Da gab's ne Mieten. Wie viel Schienen hast du denn? Wie viel Schienen hast du dabei? Ähm... 48 Eisen, 40 Lapis, 1,5 Stack Kohle, 1,5 Stack Strings. Ja, moin. Strings brauchen wir nicht, oder? Äh... Behalt' lieber mal. Das kann man nachher vielleicht zur Deko oder so verwenden. Also, das würd' ich echt behalten. Okay. Äh... Äh... Ah... Stell dir jetzt gerade fest, unser Grundstück ist zu klein. Tja, und du wolltest es als erstes Mal nur 16 Mann oder sowas? 16 mal 16 ist fast die Scheune. Mit Kuhweide. Tja. Ohne Kühe. Da weißt du, wie klein das ist, was hättest du das eigentlich? Ich weiß jetzt, ob man das Grundstück mal erweitern kann? Ja, klar kannst du erweitern. Ansonsten kannst du ja auch einfach deins hier direkt neben setzen. Ähm... Nebensetzen und... Dann könnten wir die ja sozusagen zusammenlegen, indem du mich dann einlädst. Geht ja auch. Mhm. Aber an sich ist das kein Problem. So, ähm... Hier, denke ich, ich weiß, das ist aber sowieso kein Problem, weil hier ist eh keiner. Ja. MSG... Ah, nee, der ist nicht da. Wie hieß der andere? Ich... Es gibt kein Motorräter mehr. Der ist eigentlich mehr da. Es gibt kein Motorräter mehr. Kann man online? Nein. Ja, also... Ach nee, stimmt, Support ist ja, äh... Und? Äh, ist ja nur bis 20.15 Uhr eigentlich. Aber ich würde sagen, das ist mit dieser Folge Minecraft Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Folgen wir uns beim Auslaufhörer. Gebt dem wieder ein Like, holen wir den Kauter. Und... Ciao. 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 Ciao.